Der neue blaue Mut ist da! 800.000 Mal wird unsere Zeitung, die Zeitung der AfD-Fraktion im Thüringer Landtag, in diesen Tagen in unserem schönen Freistaat verteilt. Falls Sie aber kein Exemplar in Ihrem Briefkasten finden sollten, wenden Sie sich einfach an das nächstgelegene Wahlkreisbüro eines unserer AfD-Abgeordneten oder laden Sie sich die Ausgabe einfach aus dem Netz herunter. Es lohnt sich auf jeden Fall. Das Schwerpunktthema ist natürlich Corona. Wir zeichnen diese Krise noch mal nach. Es ist eine Chronologie des Versagens der Regierung im Bund und in den Ländern. Es ist mittlerweile eine Chronologie eines Skandals. Anders kann man das nicht sagen. Unser Land Thüringen als auch Deutschland in den nächsten Wochen und Monaten und Jahren intensiv beschäftigen wird. Ich selbst habe die einleitenden Sätze formuliert, wenn ich mal so sagen darf. Also den Hauptartikel geschrieben, die Krise als Chance nutzen. Unsere feste Überzeugung ist, dass die Globalisierung in den letzten Jahrzehnten falsch angelegt worden ist und von den politischen Kräften in diesem Lande eine Politik gemacht worden ist unter dem Deckmantel der Globalisierung, die unser Land nicht genutzt hat, sondern geschadet hat. Wir müssen jetzt aus der Krise lernen. Wir müssen überlegen, wo wir falsch abgebogen sind und was wir besser machen können, damit in Zukunft so ein Schaden von Deutschland und von Thüringen abgewendet werden kann. Ansonsten finden Sie noch weitere alternative Informationen, die Sie so in Ihrer Tageszeitung, so in den etablierten Medien niemals lesen würden. Informationen aus unserer politischen Arbeit als Fraktion im Thüringer Landtag. Also greifen Sie zum blauen Mut und wenn er Ihnen gefallen hat, wovon ich ausgehe, reichen Sie ihn einfach noch an den Nachbarn oder an Freunde weiter. Beste Grüße aus dem Thüringer Landtag, Ihr Björn Höcke.